ich bin online diesmal mache ich sogar die Stream Ankündigung verdammt ich habe vergessen ich habe vergessen was vergessen Hi Mr Gamer Hi Simi wie gehts euch und ja du bist Erster Mr Gamer doch ist er Erster und geil weil du bist Ritter ja und Ultraloste hehehe wie gehts ja wie gehts ja wie Subi bitte ich will keinen Herzinfarkt erleiden ok ich will nicht ich will noch nicht sterben Hi Hi Lara wie gehts euch so als Subi als nicht Subi wie gehts wie stehts man hört mich ja man hört mich ja nicht lustig Ultraloste gut sagt derjenige der warte ich zeig dir mal was du kannst es ja gar nicht mehr ändern ne ach sorry 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 tnt bald tnt bald äh 400 abo was läuft bei dir ich weiß es nicht aber ja ich weiß es wirklich nicht so warte mal ich zeig dir mal was ich will es euch was zeigen jetzt muss ich meinen eigenen wie traurig ich muss meinen eigenen Stream suchen Gami Tino ja suchen ist der live ja der ist sogar live und der guckt sich selber zu guck mal guck mal wer da da ist mein Handy mir gehts immer noch scheiße trotzdem gute Besserung weiterhin Alter gehen wir mal OP Bild und schauen wir mal wie ich schon gebaut hab das ist geil ach ja ich hab dich umbenannt auf dem Discord weil du einfach Werbung gemacht hast sowas geht nicht ne sowas dulde ich nicht halt bevor ich jetzt ins Spiel gehe dann so schnell wie gehts dir war ist heute den Tag gut gewesen schlecht gewesen so mal kurz kopieren ein letztes Mal nervt ich alle auf dem Discord dann stelle ich so ein dass nur noch bestimmte Leute das bekommen aber ein letztes Mal nochmal an alle hi so hi 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 fbhsv hi kann man mitmachen ja natürlich kann man mitmachen immer gerne immer hereinspaziert äh KMT du musst mir noch die Ehrenmannrolle wecken du sagst freiwillig dass die Ehrenmannrolle abgezogen bekommst ok ja ich halte mich an die Regeln des Discord so hat Olaf gesagt er zieht dir die wieder ab eigentlich muss Eddie die abziehen aber egal wenn du willst zieh ich sie dir ab das kannst du gerne haben ich bin weg bei nein doch nein nein guck mal ich hab ich hab meinen Account auch so ich hab auch ein zweiter Account den hab ich so benannt gestern ich glaub ich weiß ja nie mehr wie mich den oben benennt ich wills auch gar nicht probieren ja ich bin der Fake TNT ach so ich mein zweiter Account ja sorry ich hab das ja ja ich weiß nicht ich fand's gut aber dann kommst du nochmal vorbei das ist aber mein Main Account jaaaa es ist doch lustig ist doch super ich find's schön da gehörst du auch zur Lost Lost Gruppe und Skyfer ich komm gleich mal so Mr. Gamer ich bin scheiße drauf warum Mr. Gamer hi wie geht's dir hi wie geht's dir mir geht's gut ich bin auf Whatsapp ach Gott oh mein Gott ich hab heute ne scheiß Arbeit wieder bekommen aber trotzdem versuch ich einfach nicht dran zu denken so wo soll ich drauf gehen jeder jetzt jetzt könnt ihr mal entscheiden mir ist es egal hi mir ist ein homo durchs Westerer Sprung und schreit rum was soll ich tun ähm fang's mit dem Glas ein so ein Glas was denn was denn mhm toll jetzt fliegt mir der Kopfhörer aus dem Ohr schön schön warte ganz kurz jetzt wuff 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 ist dir heute passiert aha zu den Spielen IP zu den Spielen du meinst die IP zum Server ich weiß es nicht es ist mir egal wo wir hingehen wir können auch gerne hier drauf gehen sind zwei Leute online mhm sind nur zwei Leute online halt leider da wird nicht so viel los sein if you know what I mean und was für ein Glas hey hier so ein großes Glas kennst du das nicht wie man spinnen soll anfangen so hohohohohoho da kann man auch mit Menschen anfangen kein Problem wirklich kein Problem wie mein Account oh ich zehnmal mod bin und das kommt komisch wenn ich jemand der Ultralost im Namen ist Leute begrüßt ah das passt schon ist doch lustig kommt lustig rüber und morgen fährst du zum mittelaltermarkt alter und Ron hat auch noch was geschrieben ihr schreit so viel ist nicht schön also cnt von ACDC als Intro Musik nehmen oder so nehmen alter das muss ich mal ernsthaft überlegen das muss ich mal ernsthaft überlegen das Problem ist darf ich das oder werde ich jedes mal kein Copyright claimt wenn ich nur mein Intro vorspiele direkt muss ich jedes mal ent Copyright claimt das wäre echt ein ich ich weiß ich bleibe leile dich errastet aus dieses mal erster ähm dieses mal war Nummer Uno ich muss hochscrollen Mr. Gamer ja also ja kennst du nicht kennst du nicht ne ne ich auch nicht wirklich also ist irgend so ein unbekanter Typ ja du bist erster geworden äh in den Titel steht mögen Spiele beginnen ach so äh 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 die olympischen Spiele mögen ja steht da drin warum äh 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 naja kommt drauf an ob der Ruder gut ist ich habe ihn mit dem Feuerlöscher erschlagen ohhh du musst doch nicht du darfst doch nicht Leute töten du musst so ein Glas nehmen drüber und dann ähm und dann Papier nehmen hier guck mal ich habe hier eins dann einfach drunter schieben äh das ist perfekt das funktioniert jedes Mal ich werde mal ich werde mal kaum bin ich pünktlich muss ich schon wieder weg nein Ron na gut wir sind wie sie bei äh ich bin der schlechteste nein nicht ich ich meine letzte Spinne eingefangen habe irgendwie will ich aber ja in einer Pringles Dose ja das geht auch also als alternativ kann man natürlich auch die Pringles Dose nehmen warum habe ich hier einen blöden Shader an aber ich bin so klug ich starte einen Stream und merke dann dass ich den Shader drin habe ja deswegen habe ich einen Shader an genau jetzt ist es gelöst TNT ich glaube ich habe und ja ich glaube ich auch halbwitzel und guck mal ein bisschen chillen vielleicht ja auch mal was was mit den Olympischen Spielen zu tun ich müsste mal was spielen was mit den Olympischen Spielen zu tun was was sind spielmodisch die wirklich was mit den Olympischen Spielen zu tun ich weiß nicht ich mache mir so wenig Gedanken und jetzt komme ich auf so reden ich habe eine Idee ich habe eine Idee TNT äh macht mal warum warum ich spiel oh ja das Problem ist ähm du brauchst dafür Leute du brauchst dafür einen Server und ich habe beides nicht äh benutzt dafür Bots und benutzt einen Botserver brä ich probiere mal kurz eine KI ne kein Problem Honea Berlin möchte den Rang Supporter bewerben warum der Rang erstens weil ich selber unterstütze mich hehehe ich habe leider keine eigene Zahl ich habe einen Teil meiner Bewerbung einfach reingeschickt Möchtet ihr mit irgendeinem Typen reden? ja ich rede doch oft mit dir ja äh ich möchte gerne Supporter bewerben aber er war 1,87 hoch das ist ein Mensch äh TNT ja ja ich hab doch warum weil ich einfach gerne Supporter bewerben einfach so ausgaben ja genau okay äh willkommen in TNT TNT Server was kann ich denn tun? Wollen äh halt stopp kann ich bitte ihre Bestellung aufnehmen? äh iCrymax das geht auch mit Menschen dann nimmst du halt n 2 Meter Glas mein Gott hast du kein 2 Meter Glas zu Hause? äh aber wie breit? 1 Millimeter breit oder was ist so? ne ne schon so 2 Meter äh wie heißen das? umfang? 2 Meter und 1 Cent und 1 Cent ja genau 2 Meter und noch einen Cent drauflegen und dann hast du 2 Meter und 1 Cent und dann nein 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 ich will nicht in die Luft gesprengt werden ähm und das ist gut so was ist ein schönes olympisches Spiel? eigentlich ja Survival Games ja komm was? hier kannst du bitte löschen das ist äh vorne Grafie kann man sagen xxl Glas und xxl Blatt warum? das ist Pono Grafie xxl 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 bedeutet einfach nur groß xxl 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 Der KG, kannst du mir bitte alle Matheaufgaben geben? Oder darf ich dir eine geben? Nein, du willst mir ja... Ich geb dir gerne eine. Lol. Bogenschütze Troll Trollololol ol kalt Wenn du wachst. Nun warte auf dein OP Bild20 Dann komm einfach wenn du auf einer Pixel fertig bist. Yo. Komm einfach vorbei. Oh shit. Oh shit. Ich bin schon tot. Bevor ich... Ich glaube SciFi ist der Besitzer von YouTube. Bei der YouTube-Center. Bin ich tot? Ich bin noch nicht tot. No. 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 Ich realisiere jetzt. Nein. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Jetzt bin ich tot. Hä? Wie heißt er? Android Master Game. Heißt eigentlich... Lol, wie ich halt einfach nicht ralle. Jemand hat mich durchs Fenster abgesch... Mich hat gerade einfach ein Android Master Game abonniert. Keine Ahnung. Was machen wir so? Passiert mir immer... Also Fenster. Mit dem Fenster. Weiß nicht, Mike Remix. Ich weiß wirklich nicht, was mit deinem Fenster los ist. Aber anscheinend ist es magisch und lässt... Weiß nicht. Kommen halt Leute dauernd zu dir reingeflogen. Du bist halt in der... Weißt du, du bist in der TNT hinwandelt. Das ist ganz normal. Da sind halt immer Leute vor deinem Fenster. Hab dich vorgewarnt, als du hier reingekommen bist. Hab ich dich vorgewarnt. Also ja, okay. Ich hab dich erst nachher gewarnt. Das ist wie so... Hey, unterschreib diesen Vertrag. Okay. Gut. Jetzt gehörst du uns. Warte was. Ungefähr so ist das. TNT? So ist es bei uns halt. Tut mir leid. So, wollen wir jetzt unseren Vertrag bilden? Ja, du unterschreibst und dann wird alles gut. Ja. Dankeschön. Gib mir bitte den Vertrag für Supporter, bitte. Die Kosten, die da drin versteckt sind, nicht lesen, okay? Nicht das Kleingedruckte lesen, bitte. Bitte, bitte. Creative Destruction. Soll ich den Schwanz essen? Nee, würde ich nicht empfehlen. Wenn du so einen Tierschweif isst, dann kommst du grad auf Anfang was, kannst du echt Ärger bekommen. Und ich bin schon wieder tot. Was kann ich eigentlich, Alter? Wer hat schon Weißbrot? Ich mag Weißbrot sogar echt gerne. Ich mein, morgens so... Ja? Hallo, morgens so ein Weißbrot mit, ähm... Schokolade. Ja, mit Nutella. So, Lukai, bitte move mich. Mit Nutella, hallo, weiß wie gut das schmeckt? Oder soll ich jetzt weiter zumachen? Ja, mach's noch weiter auf, kein Problem. Also ich rate dir, es ist gut, aber das soll's nicht. Guten Morgen, die Reißen. Ich hab geschrieben. Ich hab geschrieben. Lukas, ich hab geschrieben. Lukas kommt. Vielen Dank. Lukas, wunderschönen guten Morgen zurück. Von der Ownerin. Jeder, der auf dem Disk hat, ist Weißes. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Und doch, rein, schau' in der Tischschokolade. Guck mal, wie, äh, guck mal. Nein. Natürlich Schokolade, Nico. Hallo, aber sowas von Schokolade. So, wollte eigentlich nicht jemand mitmachen. Ich dachte, jemand wollte mitmachen. Und VBHSV war sich auch nicht sicher. Er hat gesagt, er sei der Schlechteste. Und ich sage, ich bin schlechter. Aber das wollte er mir nicht glauben. Jetzt ist er weg. Toll. Wen soll ich wohin move'n? Du sollst niemanden nirgendwo hin move'n. Also. Du kannst natürlich Leute move'n, wie du leckerlust. Also, nein, kannst du sogar noch nicht. Nein, 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 nein. Sollte nicht Leute leckerlustig move'n, sondern du kannst gar nicht hier reinkommen. Ich glaube, er ist sowieso schon drin. Bin hier. Äh. Deh. Bist du schon? Bin hier. Ui, du bist da. Lol. Lol. Äh, du meintest, du bist der Schlechteste? Hast du mich gerade... Guck mal. T.T. Ich glaube, du bist, äh, du bist der Einzige der hier Schlechteste? Eben, ich bin der Schlechteste. Ne, ich! Nein. Guck, ich bin schon wieder tot. Was heißt, ich bin der Schlechteste? Ich bin schon wieder tot. Äh, doch, ich hab, ich hab Minecraft auf der PS3, glaub ich, oder? Ich sterb die ganze Zeit, also von daher, ich... Ich bin schlechter... T.T. Gemacht. Und, äh, ja... Geil ruft mich. Simimi, was ist? Ich hab alle meine Videos gelöscht und fang neu an, lol. Warum? Okay, aber gut, kann jeder machen wie er will. Dann löscht doch gleich deinen Kanal. Habe ich auch schon mal gemacht. Habe ich auch schon mal gemacht. Ich hab auch schon mal, ähm... Pro, tot, von TTC bekommt jeder 5 Cent. Pro, tot... Alter, weißt du, wie reich hier dann alle wären? Weißt du, wie reich die wären? Und wer wollte... Wollt ihr mit spüren, oder nicht? Ich hab ein Mensch geworgen. Er sagt zu mir, in die ganze Zeit, Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Nein, bieb, 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 sagte er, okay. Dächt dir mal vom Fenster, bieb, bieb, bieb. War heute ein hässlichen Kanaltrailer hochgeladen? Äh, ja... Hab ich schon gesehen? Weißt du, ich. Jenny? Du hast einen Kanaltrailer. Ja, oder? Ich weiß noch nicht mal, was ein Kanaltrailer ist. Ich weiß nicht, was das ist, ich. Sorry, aber ich hab heute früher einen Clown... Also kein Problem. Die hole ich. Aua! Aua. Argh. Ah! Ah, Schleghe! DT äh ich glaube möchte was von dir Uff TNT was ist denn? und äh ja also es soll also keiner mit spielen. Ja ich bin Lauli wer ist der Beste? Trailer von deinem YouTube-Kanal achso ja gibt's nicht ne? wir wetten du was? nein 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 hundertprozentig nicht ich ganz genau ich habe geliked lol lol nice ich hab coole Items wow und ich hab ein Mushroom wer ist denn hier drin? jetzt kann ich suchen ich hab mir halt gar nichts aber ist egal ich kann suchen ouch guck jetzt bin ich schon tot GG wow wow so äh ja ein Trailer von deinem YouTube-Kanal der Gamer wir wetten du warst äh einer der geht das länger achso er macht die c scp 600 ok warte kurz ok warte kurz oh jetzt könnte ich so gut Werbung für oh stimmt's äh Lydia äh ist ja da Google hat was neues gelauncht äh jetzt könnte ich so gut Werbung machen warte mal soll ich das mal machen? soll ich mal soll ich mal soll ich mal Werbung für mein Discord nein aus das darf ich nicht sowas macht man nicht nein welches scp? 0 9 8 ne äh ne verdammt prozent das habe ich gesehen was ist das? scp äh 0 9 6 das scp 0 9 6 ist ein Euclid Special Containment ähm Leute 5x5x5 Meter alter Vater auf strictly forbidden oh das ist verboten oh das ist gut das ist bei mir auch so Nico aus wir wollen keine Werbung für meinen Discord haben keiner will die haben so äh aber ich habe gerade ich habe gerade auf dem Discord bei mir ja nachgeguckt wie äh was das für ein scp ist nice ja das ist so ungefähr ich ähm wie nennt man das P das ist so ungefähr wie ich das das bin ich ja so circa ja ok Louis Endmod mal Nico Nico pass auf ich weil du ihn dann locken kannst ne Ruf mich mal bitte eh Lucas kann das das Kampon so ich hier ist immer noch die neuer Leiche was soll ich das mit der Leiche manche ähm im Keller einfach im Keller oder oder hm wo kann man wo kann man eine Leiche verstecken ich würde sagen im Keller ist ganz gut aber was man auch machen kann hallo ist, äh, da hab ich Erfahrung mit, sie einfach in den Garten tun, unter den Kompost und, boah, Alter, Mann. Was lab ich hier für Kacke? Aber egal, also. Oh, Zeo hat, äh, Minecraft, äh, wie nennt man das? Gucken wir an die Garten. Zuro. Zuro verloren. Äh, jein. Heute in Zuro ist echt was Interessantes passiert, sagen wir's mal so. Ich hab, naja, ich hab heute Zuro geguckt, also ja. Danke, Samo. Hallo. Was denn, und heimlich? Die, wie, hier, ich kann. Ja, ich weiß, warte mal, ich antworte die gerne. So, was willst du? Ich hab mit Schwerber, also Namen, Taps Lockes. Nein, musst du nicht. Pff, na ja. Ich sag das nicht, ich kann nur nur das Zähne. Ich kann nur das Zähne und wecken, warum? Hast du, äh, Windows 10. Und dann verbraucht er Microsoft-Konto. Ja, aber wenn du nur in Weltenkatzes nur die Demo-Version, das ist nicht so gut. Ja, oder aber kein Microsoft-Konto. Das kann auch so. Ich hab nen Typen da schön, das so, um das anzustellen. Microsoft-Konto. Hä, ich hab ein zufälliges Kit bekommen. Schneemann! Ich hab das Schneemann-Kit bekommen! Hä, Schneemann ist doch gar nicht so. Egal, ich hab trotzdem Schneemann-Kit bekommen. Du bist bei Unge-Mitglied. Vielleicht? Weil, weißt du das? Und ja, bin ich. Hä, das ist auch nur 1 Euro, hä? Äh, hast du das teurere oder die Trau? Ne, das teurere ist ja egal. Ja, trotzdem. Das ist ja nicht viel Geld, deswegen ja. Ja, eben. Hab ich einmal mir gedacht, ach mein Gott, ich bin auch bei GLP-Mitglied, aber da muss ich mal gucken, wie lange ich bei Unge-Mitglied bin. Bin mir nicht sicher. Du musst ihm wieder mein Feld zerstören. Ja, das stimmt, das weiß ich. Das kann, das kommt öfter, weil das halt dann... Ja, ich hab euch alleine bei drei Kanälen, einfach nur, weil ich zuschau's und alles auch... Nein, der hat mich. Siehst du, ich bin scheiße. Ich hab... Ich hab meinst du schon, aber kein Geld. Ich hab einen Stream geguckt. Aha. Ja, ja, ich hab... Äh... Da, damit ich da auch immer schreiben kann und schön rumspammen kann. Hi. Uh, so viele, du bist doch wieder da? Ja, da. Yes, ich bin auch Mitglied. Ah. Loll. 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 Bist du ein, äh, ein Euro oder ein Fünf-Euro-Mitglied? Oh, das wird... Oder ein Zehner. Das ist ein Verkaufscher. Nee, Zehner gibt's bei Ungar, glaub ich nicht, ne? Doch, doch, oder? Nein, Ungar hat das nicht. Das schau ich jetzt noch. Nee, ich glaub, Ungar hat das nicht, nein. Und wenn es das gibt, dann halt, stoppen. Wenn es das nicht gibt, dann hast du dir. Ja, dann hab ich Auslust, weil es noch nicht gleich... Kann doch wieder gehen, nein, nein, geh nicht. Nein, nein. Geh mal, Mann. Äh, mich mag auch niemand und trotzdem... Und ihr mich hassen auch alle und trotzdem bin ich hier. Hä, geklaut, ich brauch' geklaut. Es gibt 14 Euro als ein Small, Alter. Geht's das echt für Ungar? Ja, also... Und was bringt er dann? Ja, ja, was bringt das dann? Was krieg ich dann? Ähm... Warte, muss ich jetzt nachschauen, was da Bonus ist. Was denn der krasse Bonus ist? Das will ich jetzt wissen. Unterstützte... Unterstützerliste, exklusive Bilder und Wallpaper. Oh, wow. Also die exklusiven... Ich hab's dann einmal pro Woche noch mal Eltern, wie im Streams oder Videodankten erwähnt. Letztes für Bilder und Wallpaper erredelt, mir ist das neue Grafiken für T3-Sop. Achso, ja, gut, ich krieg noch Grafiken. Ich kann nur, äh, im Community-Tab die Sachen sehen für, äh, für Mitglieder. Aber, das reicht mir auch schon, wer will ich gar nicht. Nein, das gibt nicht für 50 Euro-Besuchdum, äh, Dollar-Besuchdum. Hä? Es gibt auch für 50... Nee, 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 nee. YouTube hat nur für 1 Euro... YouTube hat nur für will, äh, im Club. Mich mag auch keiner. Willkommen im Club, mich mag auch keiner, auch schön. Ja, willkommen im Club. Das ist normal. Ja, was ihr euch mögt, äh, ich mag niemand und mich hasst jeder. Das ist wieder unterschiedlich. Nee, mich hasst auch jeder. Jede Firma hasst mich. Ich hab extra ne Abteilung für mich, weißt du's nicht? Abteilung? Ja, ja. Weiß ich auch. Die haben Abteilungen, wie sie mich möglichst gut mobben können. Immer mal hier und da die Verbindung trennen. Ja, die haben so Sicherheitsabteilung, weißt du? Ja, genau. Ah! Anti-Louis-Schutz. LOL! Spezialeinheit. Nein, wir hör' ich nicht und dann zum Voice-Change-Lin-Gefurren benutzt, hast meine Fresse. Hört ihr mich? Ich hör' ich jetzt grad' nicht, nein. Nein, er soll' dann Voice-Change-Lin-Gefurren. Ich muss aber wieder weiter... Ich muss wieder weiterspielen. Was spielst du denn gerade? Nichts. Na, irgendwas spielt. Hallo? Hallo? Also, ist da nur Voice-Change-Lin-Gefurren gebraucht, ne? Nein, wir hör' ich nicht. Mich hasst auch jede Firma, außer die meines Papas. Ja, immerhin eine, ne? Hä? Ich hasse dich nicht. Hä? Sollte die nicht haben? Ich hab' meistens. Und mein Feuerdöcher... ...mit 100... ...ähm... ...hast der Suche kommen? Er vorgegangen habe ich eine Schläge in die Beobachtung. Hey, Clue, das ist als 1. Videospiel, die man am Schätzchen durchspielen, man will nicht unter einer Sekunde. Nur noch Clue, ja Clue, kann man nicht schnell spielen. Spielen, ja, in und einer Sekunde war das Videospieler von durchspielen. Ausnah zu beobachten worden. Das Videospiel echt? Hä? Ja, da gibt's Tweetsurance dafür. Ich glaub' einer, der, äh, Kurt halt ist, I.O.I. oder wie auch immer der Typ heißt, aber I.O.L. oder so als der Typ. Der spielt auch Crawford und so. Das ist richtig kass, Alter. Da spielt das ein Spiel, wo man... Oder meint sich, bist du auch richtig gut drin. Da kann auch mit einem Klick also... SCP, ach, das SCP, 96. Äh, mach' Fotos, mach'n Selfie. Ist zwar verboten, aber kann's mal'n Selfie machen. Alles gut. Clue, du als Brettspiel meine ich. Ja. Ach so. Als Brettspiel. Das Brettspiel ist cool, aber... SCP, 96 ist euer Glied, oder? Ja. Wir sind jetzt schon beliebter bei Hackern mit OP-Bild als bei, als Griefer Games. Respekt. Nein, bist du nicht. Ja, dann müsstet ihr aber mehr, Leute, haben. Nee, Griefer Games ist sowieso nicht so beliebter Hacker. Also ich würd' sagen, eher, dass die eher zu meinen Sucht gehen, aber... Ja. Oder zu Gumme. Oder Hypixel auch, was ich mache. Echt jetzt? Ja. Auf einem City-Build? Naja, es gibt halt auch Bau-Hacks zum Teil, Fast-Plays und so. Oh, es tut so weh. Oder Mob Aura. Autsch. Da war's ja. Leak zu Google Stadia, offenbart Preis-Release und ich... Nein! Oh, lol. Ich komm' im Glück. Lol. Ich hab's einfach ins Death-Match geschafft, weil ich, äh, unten in der Side-Dark... Ja, das hast du recht, wo du öffnest, in der Woche alle will. Äh, bei Inder, wir sind zu Serious-Manteller. Alter, erstmal gehen, den Stream kann ich mir nicht geben. Ja, 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 ja. Kann ich mir auch nicht geben. Ich muss mit denen... Ja, ja. Naja. 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 die Partikel-Effekte kriegt man nur, wenn man ein Gilden-Level hat. Ich habe hier Levels und zu Gilde gerade. Gild-Level... 3. Level 6. 3.000 Dollar Gewinn. Hier ist keine Werbung. Lieste meine Kommis auch? Ja, klar, sehe ich. Das sind keine Kommentare. Morgen mehr. Achso, kannst du morgen vielleicht nicht singen? Nein. Ja. Ich kann vielleicht nicht Karaoke, sag morgen mehr. Nein. Wir brauchen Leute, die Karaoke. Aber ich kenne das. Ich musste mal mit... Was heißt, ich musste? Ich habe... Mein Freund musste die Spüle ausräumen. Und dann habe ich mit einem kleinen Bruder gespielt. Beziehungsweise er hat halt die ganze genervt und so. Ich habe gesagt, okay, jetzt spie ich an mich hier. Oh, ich kann... Ich kann... Das ist für mich kein Problem. Ich überlebe es auch, aber... Der Moment, wenn du so... Der Friend so fast fertig ist, du willst eigentlich los. Und der... Dann so... Der ist wie so mit Figuren und er so... Ich so, ja, jetzt bin ich tot. Nein, du bist wiederbelebt. Ich will da aber ganz gerne los. Nein, geht nicht. Das war immer ein bisschen suboptimal, aber. Das ist ein Miner, ja, er ist... Sagen wir mal nicht der Netteste, aber ich habe es überlebt. Das ist überlebt, schade. Ja, deswegen sind wir hier. So, leider. Wo ist soll ich mal schauen, dass ich erster Platz brauche? Nein. Hm, kannst du... Ich muss zum Grillen. Was du grillst? Michi, du grillst. Nee, er muss zum Grillen. Der muss nicht grillen. Ach, er muss sich selber... Was? Was? Wie, du musst zum Grillen. Man freut sich doch mal, wenn man zum Grillen geht, aller. Ne, Fisch, du hast da Teile, die zulässt von... ... hat sie mal ins screenshot von gesendet, ne? Von? Ja, als sie sich... ... als sie sich zulässt haben, passt mal anrufen, ja, ja. Aha. Aha. Dann kann ich doch zu peilen, ja. Sollt du unser Geheimnis bleiben! Aha. Äh, hi, kennst du mich noch an der Klirsch? Grief, ich kenne dich noch. Und Michi, kann ich mitkommen, ja... Ich wollte auch gerade sagen, kannst du mir vielleicht so ein Schnitzel oder irgendwas Gutes vom Grill mitbringen? Schnitzel-Grill, ne? Ja, kann man doch mal machen. Nein, ich meine so ein Stück Fleisch. Ich meine so ein Stück Fleisch. So ein gutes Stück Fleisch, so. Vom Grill, frisch. Ich glaube, wo ruft es Teile, ja. Aber Charlie ist jetzt, äh, Charlie ist das vielleicht auch am Handy. Weil, oder warte, ne? Es ist schlafen. Dann schickt sie, dann schickt sie ja gleich ein Screenshot wieder von dem Zuge Spam. Wetten? Alter, nein. Das, das reicht. Nein, das reicht. Halt! Halt! Er macht Werbung. Ja, das ist schlecht. Rosen sind rot, der Like-Button ist grau. Ah, es ist sehr schlau. Nach ihm blau, lol. Ja, aber das hat er schon so oft geingepostet. Immer wieder. Ja, ich hab ihm gesagt, ich klau ihm im Spruch. Gut, das ist rausgelöscht. Jetzt kann ich sagen, das wäre mein Spruch. Ja, ach nee, die schläft. Oh, das ist ja auch schau, das ist viel doofes Abend. Ne, aber die, ich hab fallen noch mit der Adorator irgendwo. Ist NoWay online? Ist NoWay online? Nein, das ist doch nicht. No! Ja, ich hab fallen mit ihr, okay, davon war sie weg. Ja. Ja, dann ist der on... Nein. Ihr Mutter ist angekommen, glaube ich. Der Typ ist ein... Hä? Wenn ich NoWay suche, finde ich nicht den YouTube-Kanal, sondern dann finde ich... NoWayTV. Ah. Also ich zock gerne mit dem, aber... Ne, das wird blösch. Problem ist... Nein, aus. Zu spät. Ah, ich hab's gelesen, also. Und es ist im Stream drin. Ja, aber jetzt ist es nicht... Ja, aber da schloss ja niemand. Oh, ich hab's für den Thet-Account, hab ich den noch nicht. TNT. So. Äh, aber schade, dass es nicht online ist, sonst würde ich jetzt auch kaum beginnen. Wir haben schon kurz in der Kanal, der ihr abonniert und jetzt wieder abonniert. Aha. Wer? Ja, in dem Kanal, der keine Videos an sich macht. Aha. Hab ich gesehen, ja. Ui. Schau mal gerade wieder an, wen sie abonniert hat alles. Ah, wir müssen stalken, stalken. Ne, aber ich muss mich ja informieren. Nö, das ist nur Informations-Einholz. Woh, fahre 57 Minuten hat dir mal einmal als Video hochladen. Wer? Ah, schluss oder Minecraft. PS. Ne, das soll ich jetzt nicht in der Sauer. Alter, Alter, deines kann man sich nicht geben, das Slabby-Bow, ah, Alter. Das ist, das ist, das ist das Laby-Bow-Interface. Das so hässliches Rain-Bow-Leber, da fällt nicht in der Rain-Bow-Interface. Ah, so, so alles, 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 alles leuchtet über von allen Seiten, oder was? Ja, ja, ne, ne, es, ja, und dann, 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 es wünschst du die Farben, weißt du? Ja, dann, wenn da so typ 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 typ. Ach, die, die so LSD-Farben, oder was? Ja. Ei, 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 ei. Ich find das auch immer schlimm, wenn so, jetzt, so, mein Interface finde ich ganz entspannt. Links hab ich die ganzen Daten, rechts hab ich dann noch die Mauts und alles, dann weiß ich wie viele Klicks ich habe. Ja, das ist so normal einfach, so, normal eingestellt, ne, hab ich auch. Ja, einfach nur so. Und Farben hab ich noch nicht mal, das passt mir so. Ja, Farben, ich müsste auch immer wieder Farben auf Rot oder so ändern, damit's schöner aus. Ja, gut, aber es lenkt halt einfach ab. Ja eben, es, es interessiert ja niemanden. Ja, die Nobodies haben wir noch 749 Abonnenten. 749 Leute. Stimmt, der muss auch mal wieder spielen. Die muss auch mal werden. Das sind aber nicht mehr. Nicht mehr, gar nicht mehr. Nee, denn ich war im Monat, glaube ich, war das Letzte. Oh. Mensch. Nee, also, ich bin im letzten Jahr so vier schonen Tage. Wenn ich die Schildmann gemacht habe, schlaft, genau tausend oder auf sieben tausend oder so weiß, ob es richtig schöne Zahlen. Hehehe. Ah ja. Aber wie? Ist eigentlich wollte ich sie nicht liken, aber da steht da so 3999. Also, ah, jetzt muss man einfach mal... Ja. Liken. Aber ich hab Bildenerfahrung bekommen. Ich hätt ihn grad neu erschießen können, aber ich hab's nicht geschafft, weil ich so dumm bin. Cool. Aber also, so weit ich sehe, ist schon niemand von denen, die sich verfolgen hat. Und denen, die sich dort. Also, sie haben sich nicht mehr verfolgen und premises können, dass sich die Nerven können. Ich will jetzt nur mehr bei den Nerven spielen, und aber auch, dass sie auch noch bei dem Aure es gibt, unnormal, es ist nicht einmal mehr Atten, bei den es gibt. Er so viel zu abonniert. Also, nicht mit dem der es uns 2. Ohne ich für neue Erhaltung. zu viel Geld schüttelt mit verhandelt so ein komisches Händyspiel wo man scheiße an ihm ist nachmacht oder so die folgenden Leute verabredet muss aber auch zu tun hat sie fast die Mappen abonnierst das Team auf der Köln das Elbe so 20 Leute oder so weil es schon da war um 2 Uhr in der Nacht heute ach nee morgen doch nehmen morgen was ist morgen 2 Uhr warum will er morgen und warum will er morgen um 2 Uhr Uhr das Schliegen guten Morgen die 13er da wobei diesmal passt also von der Scheiße und zwar ist es ein einziger bei der Reizen behauptet der Kamp TNT was jetzt mit der Sprache nein schau mal was vertauschen auslos auswechselspieler der typ wollte mich erschießen was mit auswechselspieler was ich habe ausgewechselt also Nummer eins auf die wange Nummer zwei raus aufs Feld ach ja ja der hast dich jetzt ja zwei verredet er nicht dass er auf so auswechselspieler nein ich habe kein messer ich habe kein messer ich habe ein spiel was am 31.1993 ich ließ wurde was 1993 ich habe es über da wird sich schon 31 Dezember warum er gut ist es ist es gutes Spiel es ist eines der besten Spieler auf dem es hat 96 Prozent der positive Nutzerbewerb werden TNT ich hab nicht mehr ich habe es ist das Prozent nein es ist nichts dafür ist der Teilmord total stopp Junge ich habe scheinbar ausgesinnt musst du schneller sein aaaaaaah wo ist wo sind meine Gegner ich wechsel mal wieder aus ok zwei unschuldige übrig das Problem ist wenn sie die unschuldigen sich jetzt kennen dann habe ich ein Problem so jetzt schnell genug ja jetzt redest du jetzt hat er was gesagt hallo wo ist der sind die ach komm nee kann man jetzt jemand bei meinem Discord helfen danach im Discord helfe ich immer gerne ja das merke ich äh bei meinem Discord helfe ich immer gerne aber ich glaube Lucas kann das auch ja Louis fliegt gerade ja der nacht Louis ist so doof er hat er hat er hat selbst etwas gemacht hat dann auch nicht bemerkt was er gemacht hat dann muss ich ihm dann helfen ja ach ja gestern ne 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 er hat oh da hat er äh nicht mehr separiert Anzeigen gelassen ja das habe ich aus den ausgestellten dann dann meinte er das ist ein Bug dann ich so lol ein Bug und dann gehst du in den Einstellungen ups warum hast du dich denn hast du schau das ist gut dass ich da die Freunde scrollen habe gesehen dann kann ich das in den Autodont sehen stimmt schau hallo tschüss gg der steht auf dem überteil der dächtige Void der Kanzler das macht er nicht der Teore bei mir der Partie ein konziert mit ja das er ist Prozent du machst es einfach nicht genau nachdem was ein erster so gesagt ja ja du nicht ist und er steht nicht in der Regel doch kann ich eigentlich war es klar ist ein und zu übernommen muss ich was es nicht machen muss Teams war als Google aufs Wort das Google Maps du darfst wo das Google Erfmanns die Konkurrenz zusammen alle Macher Lama Jan schlägt wenn du es können dann nur für mich muss ich ins Kribbel wenn ich ums Kribbel Er rastet aus wegen seinem Gewicht. Er hat gerade nur, ähm, Abnehmtipps gegeben, okay? Nein! Ich schau mein Streams-Channel. Oh mein Gott. Ein Tipp an deinen Stream nimmt niemals einen Tipp von Skypern. Das stimmt, was wir machen können. Ich wusste es, weißt du was? Was? Lass mich. Guck mal, was ich jetzt mache. Nein, du löscht jetzt nicht. Alter, löscht es, ah, unehrenmach und schnell warte. Das S lass ich da, das S lass ich da. Du kannst es ja theoretisch, theoretisch kannst du es wieder hinmachen, aber. Ja, wir haben es wieder weggemacht, das S lass ich wieder neu hinmachen. Du kannst es theoretisch immer wieder neu hinmachen, das ist egal. Ich kann die nur rauslöschen oder ich kann alle automatisch löschen oder ich kann nix löschen. Ah, wie hieß denn das jetzt? Ja, ich hoffe, du hast was geändert. Wie, du hast geändert? Ach stimmt, ich wollte so machen. Ich bin grad den Channel mit Sachen zu. Die Pepe-Sachen, ja, Pepe. Ich bitte Schalamawalalum. Ich geh jetzt mal hier hin. Oha. Yes. Lol. Ach. Leck. 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 Hi. Wie geht's? Auswechselspieler möchte ich raushalten, glaub ich. Muss bald auf. Nein. Michi. Mwah. Oh, der deutsche Letzling. Hallo Doktor. Ach, Doktor Letzling. So. Mh. Hier war Saraya. Mh. Ein Todeswesen, ah ja. Ein Todeswesen. Ah, ja. Lol. Die sind alle hier in der Lobby. Bis auf eine, die ist im Platz. Nice. Nice, nice, nice. Hm. Mh. Ich kann morgen... Deine Gertzungen soll nicht hinzufügen, weil es zu viel Gertzungen gibt. Oh, mein Gott. Nein, das hast du gesagt. Ich kann aber alle mit einem Klick löschen, wenn ich will, aber tue ich mal nicht. Ja, das ist ja nicht schlimm. Tue ich nicht. Alles gut, tue ich nicht. Äh. Schön, dass die Bilder. Aber ich mach das. Slash. Join me. Ah. Man muss auch drauf klicken. Slash. Join me. Hat jemand Bock? Bitte. Hallo. Mietet jemand Bock auf diesen Server? Hier. Please. Nicht langweilig. Beziehungsweise ich will was machen. Und morgen um 20 bis 20 Uhr. Ja, dann kommst du als erstes dran im Karaoke. Okustream. Kommst du ganz zu Anfang dran. 3 Lieder singen. 3 Lieder meintest du vorher zu mir. 3 Lieder singen? Ui. Und sie wollte auch dieses Lied von Meepo singen. Welches ist das? Wo? Wann der gesagt? Das ist das beste Lied. Das ist das beste Lied. Und der beste Website. Ach, das, was er mir irgendwo... das Lied, wo er mich zugebracht hat, das im Stream abzuspielen? Oh mein Gott, das ist lustig. Das ist gut. Oh mein Gott. Habt ihr mich gekratzt? Ja, das ist nicht. Ich sag einfach wieder... Ja, das ist... Ja, das ist... Kannst du auch machen. Das ist von deinem Account, ne? Und dann... Ja eben. Deswegen zählt sie eigentlich schon, ne? Hm. Sie kann nicht beweisen, dass sie nicht war. Hey, Leute. Was machst du? Wo bist du? Ich will was spielen. Aber die wollen nicht mitspielen. Ich bin lonely, ok? Ja, sie ist selbst schuld. Ja, selbst schuld, wenn die mich so hassen hat. So, äh... Hier ist keiner mehr. Slash... Der Kassi kann mal wieder in Discord. Plot, was auf Plot los? Oh, ne, ok. Er... Warte, ne, warte, das war er... Heikassi. Heikassi. Heikassi, wie geht's dir? Hier. Wie ist heute ein Tag so? Oh, lol. Hi. Äh... Slash... Ph. Hab ich einen Ph? Hast du Lust, welchen Titel ich aber nie verlieren werde? Auf dem Distort sage ich aktiv bleibe. Meme Lord. Stimmt, ja. Was ist? Ich werde es auch mal sagen, ja. Natürlich, Lust hat die Geld extra für mich eingeführt. Äh... Ich bin Meme Lord. Du hast aber keinen, nee. Du hast nur Freund des Meme-Mods. Wir haben aktive Spendring. Ja, also, ich machen schon. Schau, warte, warte. Da, schau. Na, alles gut. Ja. So. Ich hab hier, Alter, jetzt hab ich hier... Guck mal. Merkt man, dass ich manchmal Langeweile hatte? Hä? Nein. Lol. Die haben daraus ein Minensystem gemacht. Lol, die hatten ja echt Langeweile auf meinem Plot. Hä? Hä? Wir retten einen Generator. Das ist nicht zu spät. Ja, lol. Die hatten Langeweile auf meinem Plot und haben meinen Plot random generiert. Hä? Haben die die ganze Welt random generiert? Ja, lol. Die haben die ganze Plot-Welt. Ist jetzt random generated. Nice. Und hier zwischendurch... Echt? Jetzt gibt es lol. Und hier zwischendurch sind alle meine Gänge. Die sieht man jetzt gar nicht mehr. Ja. Was, .te? Äh... Ja. MC. . 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 das ist okay ich bin jetzt und er hat jetzt erwartet also der herr der Elemente noch nie gekommen soll ich mich jetzt vergraben gehen deswegen hoch er hat sich zehnmal vergraben okay tschüss was kann ich hier hin machen immer mal einen guten tipp ich habe hier ein Grab für dich ich mache hier eine Grabhalle hin für mich ja schau kassi und da dann weißt du sicher was hier viel preis oder das ja kenne ich soll ich hier am ende ab heißt so ehrenbison was hier ist ehrenbison ab heißt ehrenbison absoluter ehrenfliebender bison wie kommt es darauf das sind die ersten Luftbänder gewesen die fliebten bison die ehrenbison waren die ersten Luft fliebenden bison also danach kam die ehrenbison oder was nene die ehrenbison sind ja die fliebten bison hier noch er hat egal egal ja auch die Ehre haben also weil sie so viel Ehre haben dass sie fliegen können erbten drachen war die ersten Feuerbänder die Dachs Maulwürfe waren die ersten um erbende da weiß ich auch nicht was die ersten was erbende da waren kann ich halt ja so Prozent okay das verwirrt mich immer noch kann man das ganze auf Netflix ja hier gibt es auf Netflix ja wer weiß ja wer weiß das ist aber nicht es ist nicht wirklich lang zu bleiben drei Staffeln oder so also drei Bücher also egal ja so gut die Staffeln heißen halt Bücher sondern es ist so es ist an die Bücher also sehr ein Bücherbuch dazu das heißt aber nur Kapitel kann man sagen es wäre so wie die Kapitel ja ach so ja mehrere Abschnitte für klar das sei halt nicht Staffel sondern komm OP-Bild okay gerne warte mal ich habe sowieso Langeweile hier also jetzt ist Neid und äh dann langes Wald nicht Fischi sag was ähm drei fuck naja nein gesagt äh welches weil die IP ich hab die IP nicht mehr Danke ACHH mein Hintern tut weh man weil ich hier so den ganzen Tag schon sitze uuuh ach ne warum gibst du mehr hinter den ganzen Tag weh jeden Tag hm er ist aus dem Sistort geflogen nein ich hab dich rausgeworfen das nur Unterschied so wo soll ich hin oder ist jetzt der eine auf äh CTSW gekommen dann bleibe ich auf CTSW gerne ähm äh ich will nur Leute zum Spielen aufhaben sonst macht es keinen Sinn das gehe auf die Welt ich will auch gleich kommen aber ich will Leute zum Spielen und die gibt es hier anscheinend gerade nicht ne die hab ich verkauft ich will mal jetzt noch auf der anderen oh ja da wo kleine Kinderpanzer fahren ja ne das ist eigentlich ach die falle jetzt Panza oder was ne ne Schau Luiz weißt du der will nicht lernen das sind nur noch mit dem Teil um so hm so hm 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 langweilig wenn ich jetzt nur Bauer oder ja wir haben es halt aushalten nein ich mache mich nicht ich will nicht meinen ich bin es gerade nur aber ich glaube es ist langweilig ne dann will ich gerade nehmen beim Spiel ja eben ja okay welches alles in mir das so ein bisschen zack 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 geil soll ich hier so ein großes Grab reinmachen 2 1 sag auf Grab jo ich mache hier so ein riesen Grab rein die heiligen Hallen zum äh der TNT Schande oh man müsste mal ein Texturen Pack machen komm spiel halt stand da ja Punkt net das BW wer besser ist ich glaub du bist besser aber ist egal ich hab nicht dagegen naja wir können wollen wir wollen machen ähm selten naja ich komm mal äh ich mach auch One Method wird neu ist die hier irgendwo hinter hinterlegt komm schon I believe in you ne nur Stranded Punkt net kein Spiel Oase Sky Potion alt jetzt haben wir Sky Potion ne ich weiß nicht was für komische Server da drin sind Oast Blocks ist einfach nicht mal an diesem komischen Typen der aufsuchen das kann gut sein Sky Oase ach je ne ne was was äh war was mit mir äh äh wer ja ja keine Ahnung Kassi er hat Kassi du sollst es dort kommen ja genau du sollst es auf Discord kommen ja 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 das war 2 ja 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 eh verkauft Daten und die wurden geladen Louis erwartet dass er das ebenso angeboten so so muss denn es zehn Sekunden war eine Post die Mütze wo ja relativ alle glaube ich kann sogar alle okay sie hat okay sehr schön so wo bist du wo kann man das kommt wir müssen Ach, Lukas, du bist auch hier drauf. Wer ist das? F-B-H-S-V, wie heißt du denn im... Ach! Lesen muss gelernt sein. Hi. Ha, ich hab's angenommen, es war ein Weiß gegen eins. Ja, F-B-H-S-V halt. Ja, ne? Ja, irgendwer hat mich im Stream-Chat geblockt, weil... Ach, Sky... Wer ist Sky-Fi? Ja. Ach du, äh, ja, das... Bist du selbst schuld, ne? Komm schon. Hä? Das ist doch nicht Bad Wars. Ich dachte, wir wollten BW eins gegen eins machen. Und ich bin nicht drauf. Ja, wo bist du denn nicht drauf, Kasti? Auf dem Distortzimmer bist du doch. Doch. Ja, bist du. Du hast jetzt nur eine dumme Armee genannt. Teilrunde verloren. Hä? Das ist doch kein Bad Wars. Ach so, brrr. Okay, also, ähm... Warte kurz. Ist jetzt vorhin... Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Kannst du ein OP-Bild oder so? Ah, muss ich jetzt wieder aussehen? So, ich muss jetzt auch... Super, die du... Perfekt. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss, äh, gehen... Ich mach jetzt wieder aus. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich will. Äh, ich kauf vielleicht gleich nochmal wieder. Aber, ja, dann... Ciao. Ciao. Ciao.